BWG Ah, kannst ja nichts mehr versuchen Guck mal, die von denen alles springen Es springt doch bestimmt wieder so komisch Ist doch lustig... Achso, erst mal blocken Ich wollte das nicht machen Oh, du willst mich angreifen Hinten stehen kann ich auch Hinten stehen Das verstehe ich nicht Ich könnte irgendwie blocken müssen Hinten Man kann sich nicht zu rufen Ich kann mich nur auf die Worte Aber dann schlafen Wir gehen have für das Ver – du kannst Und du kannst Et du kannst Das war's für heute. Oh, den ersten Karate, der immerhin gewandt. Ich bin voll verwechselt. Ich dachte, ich bin eke. Wäre es schwierig, wenn Svesa-Sukur ist im Gegend noch mal kämpfen. Ich bin voll verwechselt. Das ist ja nichts von der anderen. Ich bin voll verwechselt. Ich bin voll verwechselt. mal in einer Kombo von denen ich hier drin bin. Oh Mann! Geht nicht. Ich tausche seinen Angriff, will auf ihn zu sprinten, auf einmal stecke ich in einer Kombo von denen drin. Ja, er hat irgendwie seinen Charakter getauscht und gleichzeitig Kombo gemacht und ich rufe immer weg drin. Das ist total... ich verstehe das nicht ganz. Aber immerhin habe ich in Kampf gewonnen. Und immerhin... ja, als Erste. Er ist der erste Sturm. Im zweiten Kampf hat er mich total verlemacht. Da habe ich mir seine Scheiße gebaut. Egal. Will man andere erwarten von ihm, der 120 kämpft, die 150. Ja, ich habe 150 kämpft, oder? Oder ich habe noch. Also, bitte einfach 100 mit 500 kämpft.